Wir haben durch diese Maschine ihr Leben gerettet. Mein Mann lebt, geil! Herr Doktor, oh! Ja, mein Mann lebt, aber der Doktor war dann noch attraktiver am Ende, verdammt! Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Sims 4 Let's Play! Wir verschönern hier gerade unsere Küche, aber mal so fett krass mit Töpfen an der Wand und alles. Ah, da gibt es ja so viele Sachen, was ist das denn hier? Nee, so ein Schild brauchen wir nicht. Mega Wandschmuck, voller geile Wandschmuck. Was ist das denn hier? Wandklotz. Wofür? Äh! Postmodernes Signaturschild. Wo? Keine Ahnung, ich sehe das nicht. Das sieht auch nicht schlecht aus. Was ist das denn? Strahlenwerfer. Hier, wir müssen nochmal die Wand dekorieren, nicht immer die Einwände. Verdammt, und die Wand hier, hier hängt ja noch gar nichts. Fuh! Ja, ja, nee, so was passt nicht in die Küche. Ja, so was schon eher, so ein Plan, was es zu essen gibt. Perfekt. 260 hat die Scheiße gekostet. Verrückt, ey. Oh, guck mal, so goldene Tauben, aber das passt auch nicht hier rein. Flaschenregal, Winotheca. Das brauchen wir auf jeden Fall. Level 8 des Berufszweigs Mixer der Gastronomie-Karriere. Das ist natürlich nicht übel. So, wir können auch mal ein paar Fenster-Vorhänge kaufen, die aber zu der Größe passen. Die sind ja alle riesig. Das ist schon wieder zu klein. Das ist zu groß. Das ist zu klein. Das ist zu groß. Ja, das ist fast... Ja, weiß ich nicht. Eigentlich auch nicht die Größe, die ich mir gedacht habe. Das ist auch zu groß. Verdammt, ey. Gibt es keine passenden Sachen dafür? Ja, das passt von außen. Wäre das so ein Rollo, aber... So ein Rollo braucht man eigentlich nicht. Was ist das denn hier? Ach so, so ein Holzmarkise. UV-Schutz, ja. Die hat bestimmt einen fetten UV-Schutz. Ist ja überhaupt nicht lichtdurchlässig. Alter. Ja, hier. Wir kaufen einfach so was. Wehen da... Wehen da irgendwas? In... Ja, kann man machen. Sieht nicht so schön aus, aber... Komm, besser wie nix. Gibt es ansonsten noch... Ich wollte noch eine Pflanze in die Küche stellen. Irgendwie so. Guck mal, wie geil. Vor allem, wenn man jetzt hier so macht. Wie fett hier. Jetzt hast du da so eine Gabel an der Wand. Hier so ein paar Töpfe. Die braucht man ja zum Kochen. Da auch so ein Speiseplan. Eine Uhr. Alles ist schon da. Was man in so einer Küche eigentlich braucht. Perfekt. Außer vielleicht noch so eine Pflanze. Wobei... Ja, ne. Pflanzen in der Küche sind eigentlich nicht so... Ja, nicht so. Gut. Denke ich. Aber hier kann man so eine Blume vormachen. Gibt sie auch in verschiedenen Farben. Jawohl. Oh, ist das schön. Jetzt machen wir ein schönes Haus draus. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Deshalb höre ich lieber auf. Ja, sieht schon besser aus, ne? Das ganze Haus. Geil. Hä, was hat die denn... Mit den Fröschen gemacht, die Sisi? Bist du verrückt? Was machst du mit den Fröschen? Hast du einen gegessen? Für deinen Gartensalat hast du einen geholt? Keine Ahnung, was die dann gemacht haben. Ich hab voll die Hallus. Ich hab gedacht, da war ein Einbrecher oder so. W-w-wann... Wann ist passiert? Ich hab nur dumm-dum-dum gehört. So, Uwe. Geh was essen. Du musst ja... In acht Stunden arbeiten. Ja, gut. Noch... Noch musst du nicht essen. 16 Stunden. Die Pusha pennt. Perfekt. Okay. Sisi und Pusha müssen ungefähr gleich arbeiten gehen. Deswegen... Solltest du jetzt schlafen gehen. Damit du dann, wenn du aufstehst, dann... Bevor du zur Arbeit gehst, dann möchte ich sagen, bevor du zur Arbeit gehst, bist du dann perfekt ausgeruht. Und jetzt hör doch auf, rumzuzocken, hey. Dann geht die Zeit auch schneller um, wenn die alle schlafen. Denn ich bin ehrlich gesagt auch schon richtig müde, ey. Also ich schlafe hier gleich ein. Muss die Sims 4, let's playen. Oh, Adi ist zu Hause. Nichts mehr mit schlafen hier. Der geht erstmal duschen. Der wurde nicht befördert, der Adi. Er ist ja auch kein Wunder, weil er hat ja noch nichts voll. Er hat noch keinen Sim bestohlen. Er hat noch die Schellenfähigkeit auf Level 3. Nicht auf 4. 5 erfolgreich bestehlen. Klicke auf einen anderen Sim und wähle in der Kategorie Unfug die Interaktion bestehlen. Sims können diese Interaktion freischalten, indem sie Verbrecherkarriere voranschreiten. Ja. Wir sind ja schon Schwerverbrecher verschriebener Sim. Geil. Er ist glücklich. So, dann gehen wir jetzt mit dem Uwe. Ach, mit dem Adi. Verdammt. Kann ich das einfach machen? Ne, wir müssen uns jetzt um Uwe kümmern. Adi, wir können jetzt mit dir keine Einkaufstour, Einbrechertour machen. Leider nicht möglich im Moment. Sonst verpassen wir wieder vom Uwe die Arbeit oder so und das ist im Moment wichtiger. Aber du kannst ein bisschen Spaß haben danach, wenn du einfach ein bisschen im Fernsehen guckst. Und zwar... Kinder Comedy Action Kanal. Ist doch was für dich, ne? Ist doch was für dich. Ich möchte mal gern wissen, was das hier für ein Dinosaurier im Hintergrund ist. Was ist das denn da? Verkauft da ein Hase Kühlschränke? Und warum ist ein Hase, der Kühlschränke verkauft, auf ein Dinosaurier abgebildet? Das macht keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. So ein Pflanzenfresser. Wieso verkaufen ein Hase sowieso Kühlschränke? Muss das jemand verstehen? Ich nicht. Ich nicht, ey. Da kommt die nächste Rechnung eigentlich, weil wir haben gerade kaum Geld. Geld. Wir haben kaum Geld. Verdammt. Ja, Uwe... Aufstehen jetzt auf jeden Fall. Jetzt ist hier jetzt Schicht im Schacht. Unwohlver... Ja, du hast Hunger. Jetzt geh schnell weiter essen, bevor das Essen schlecht wird. Wobei... Das würde ich nicht essen von der Sisi. Da ist ja die geheime Zutat wieder drin. Ist ja lecker. Gehst du direkt im Klo runterspülen? Ne, der geht zum Adi essen. Ist ja verrückt. Wie? Wieso geht er denn nicht da essen? Kann er da nicht essen? Wollen die da nicht essen? Verdammt. Verstehe ich nicht. Das ist meine Frage. Wenn die hier jetzt nicht essen können, dann... Ist das ja schon... Ich tue mal eben den Obstteller ins Inventar zurück. Vielleicht können die jetzt da essen. Keine Ahnung warum. Wieso, weshalb. So, wenn... Ja. Perfekt. Essen. Danach... Pinkeln. Dann kannst du hier... Reparieren das Ding endlich mal. Damit wir wieder Musik hören können. Und dann geht's hier eigentlich ziemlich gut. Dann kannst du danach... Programmieren. Spiel modifizieren. Und zwar... Sim4Ever. Spielentwickler? Was wissen die schon? Uwe kann dafür sorgen, dass dieses Spiel viel lustiger wird. Genauso sehe ich das. Man sieht, was hier die Entwickler mit Sims 4 gemacht haben. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, mir gefällt es doch. Würde ich sie sonst spielen? Alter, voll die Müllsammlung. Das sieht fast so aus, wie mein Ort, wo ich Let's Plays aufnehme. Gut, ein paar Dutzend Schüssel mehr müssten hier stehen. Hier so ein paar Red Bull Dosen. Mikrofon. Und dann ist dann mein Let's Play Platz. Jetzt wisst ihr, wie das aussieht. So, Uwe. Ich hoffe, man kann die Programmierfähigkeit zeitgleich mit Spiele modifizieren verbessern. Wobei das eigentlich möglich sein müsste. Das hängt ja zusammen. Ja, Uwe. Das ist ein Badezimmer. Alles vom Feinsten. Ja. Ich glaube, wir müssen langsam mal eine Haushälterin engagieren. Dann müssen wir nicht immer alles selbst abwaschen. Weil da steht schon wieder überall Müll rum. Adi, perfekt. Du hast die Idee. Beziehungsweise ich habe die Idee, du sitzt es um. Du kannst hier aufräumen. Du machst ja hier sonst nichts. Dann kannst du aber mal auf Toilette gehen. So, Uwe ist okay. Einfach mal so. Und der repariert wieder die Fernbedienung. Aber nicht das Ding direkt. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was der da veranstaltet. Der Kollege. Fünf Stunden. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir, dicke. Adis. Geheimes Zimmer. Ach, das sieht ja mal kacke aus. Sehe ich gerade. Das hat der Spiegel da. Bei dem Fenster hängt. Aber können wir gerade nichts dran ändern. Ja, verdammt. Teile plündern musst du dann wieder machen, Adi. Der Uwe, der... Ach, jetzt haben wir schon die fette Spüle und geht trotzdem kaputt. Mann. Alles geht kaputt. Alter, das dauert ja noch ewig, bis der Programmierfähigkeit gesteigert hat. Ich glaube, der will eine Party. Ja, mach da mal. Das wird jetzt... Das dauert immer länger. Ist auch logisch. Oh. 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 Ich hab doch hier gesagt, aufheben. Der hört nicht auf mich, der Adi. Der macht, was er will. Der Arsch. So. 13 Stunden. Level 3 der Mixfähigkeit. Das heißt, wir müssen mit Pushia gleich wieder in die Bar zurückgehen und ein paar Getränke ausgeben. Aber das schaffen wir schon. Das ist ja kein Problem. Adi hat was geplündert. Da kannst du das auch wegwerfen. Dufka. Dufka. Und dann haben wir kein Schelmfähigkeitsbuch. Nicht etwas lesen. Ähm. Ähm. Gummiküche haben wir. Verdammt. Doch da. Schelmfähigkeit lesen. Buch 1. Ich weiß nicht, ob der Adi das schon kennt. Ich hoffe nicht. Wenn doch, bringt den Adi ja jetzt nichts. Weil der braucht ja auch noch ein Level. Alle am Lernen für die Berufe. Pushia kann gerade nicht lernen. Sisi pennt. Ja. Darf die sich auch erlauben. Im Moment. Uwe. Ja. Wie viel? Zeit noch? Drei Stunden. Ja. Das wird nichts mehr hier. Aber ist ja nicht. Mann. Ich muss ja auch noch das Bücherregal reparieren. Habe ich ganz vergessen. Äh. Bücherregal reparieren. Äh. Spüle meine ich. Ah ja. Der lernt noch. Der Adi. Der lernt daraus. Schelmfähigkeit. Gut. Okay. Man hat das gelernte verinnerlichen. Was steht denn da? Okay. Man kann mit den komischen Pinkelpötten was anstellen. Das ist sehr gut. Was haben wir denn da noch? Ah ja. Das macht Sinn. Was steht denn da noch drin? Handschocker kenne ich schon. Verkloppen kenne ich schon. K.O. schlagen kenne ich schon. In Foren provoziert. Kenne ich eigentlich auch schon. Hä. Oh. Jemanden anspucken. Das ist neu. Ich weiß nicht ob es das gibt anspucken. Ich glaube nicht. Aber das steht ja trotzdem in dem Buch. Anspucken. Geil. Oh Mann Uwe. Du bist so fleißig. Gehst du nicht langsamer zur Arbeit? Ich muss nämlich wieder in die Bar ein bisschen Probe arbeiten. Heute ist mein zweiter Tag. Geh mal was essen. Geh mal was essen da. Macaroni mit Käse. Für Familiengröße. Für Familiengröße. In der Familiengröße. Du hast nämlich Hunger. Uwe. Ich glaube das wird mit den Spielen nichts mehr heute. Verdammt. Ne das. Kann er sich abschminken eigentlich. Aber wann hat er denn frei? Ja verdammt. Danach muss er auch nochmal arbeiten am Samstag. Also wird das mit dem. Mit der Beförderung beim Uwe noch dauern. Aber ist ja schon Star Ingenieur. Das ist ja schon krass. Ist nicht übel. Wow. Ja toll. Dann macht ihr voll die coolen Tricks. Und lässt er einfach mal. Das Olivenöl kaputt gehen. Wir haben ja genug Geld. Puschia. Verrückte. Sieh sie schläft noch immer. Deshalb sind wir jetzt am besten ganz leise. Damit wir die nicht aufficken. Sie träumt nämlich von. Ich weiß nicht was. Von gar nichts glaube ich. Sonst wird man hier Sprechblasen sehen. Aber die Küche kann ich wieder normal. Mal quatschen. Oh lecker. Das sieht ja richtig lecker aus. Qualität gut. Naja immerhin dat. Uwe. Du musst hier mal was reparieren. Hör mal eben auf da. Sim4Ever zu modden. Beziehungsweise der ist ja gleich fertig. Wenn ich mir da so das angucke. Also bleib dran. Bleib dran. Bleib dran. Kann ja nicht so schwer sein. Den Sims Code zu verstehen. Und da ein bisschen rum zu modden. Und was ist denn da für ein Buch? Ist das ein Romantikbuch? Unbändiger Verrat am Herzen. Habe ich doch gewusst. Wer hat denn sowas gelesen? Haben die gelitten? Weg damit. Ins Regal. Geht nicht. Warum? Will er Adi dat lesen? Achso. Fäckling. Ich dachte schon lesen. Hätte mich gefreut. Ne. Der lacht sich über dat Buch kaputt. Oh. Wer liest denn sowas? Verrückt. Ja. Guckt wieder Fernsehen. Reichstagsbrand wahrscheinlich. Oder. Ne. Achso. Doktor Haus für Arme. Herr Doktor. Ich habe was komisches gegessen. Ich glaube sie müssen mich operieren. Nein, nein. Das scheißen sie schon aus. Mein Mann wird sterben. Okay. Setzen sie sich mal hin. Wir gucken mal was sie haben. Ist das gesund? Ja. Das guckt was in ihrem Gehirn so los ist. Oh. Ich sterbe. So. Wir haben durch diese Maschine ihr Leben gerettet. Mein Mann lebt. Geil. Herr Doktor. Oh. Ja. Mein Mann lebt. Aber der Doktor war dann doch attraktiver am Ende. Verdammt. So schnell kann das laufen. Unwohl. Ja. Hier. Teile plündern. Dabei hat er keinen Spaß. Warum? Ich verstehe das nicht. Uwe. Warum hast du dabei keinen Spaß? 22 Minuten. Verdammt. Guck noch schnell ein bisschen Fernsehen. Irgendwatt. Mann. Verdammt. Das lohnt auch nicht mehr. Für die 15 Minuten Fernsehen zu gucken. Deshalb. Irgendeine Aura aktivieren. Hier so. Ach. Ist schon aktiviert. Verdammt. Ja. Dann räumen das weg. So. Der geht dann jetzt arbeiten. In 5 Minuten. 9 Stunden. 10 Stunden. 11 Stunden. Warum machst du denn deine Schelmfähigkeit nicht weiter. Du Fisch. Ne. Der geht jetzt schlafen. Nein. Mit den Adi wollten wir ja was machen. Und mit der Pushia auch. Verdammt. Wir können ja mit Adi und Pushia zusammen weggehen. Das ist eine gute Idee. CC fahrt jetzt mit dir. 8 Stunden. Die kann. Gut. Dann gehen wir jetzt weg. Mit Adi und Pushia zusammen. Das ist die Idee. Weil dann kann der Adi da die Leute beklauen. Während die Pushia die besoffen macht an der Bar. Nein. Nicht mit CC reisen. Hier mit Pushia reisen. Kann ich auch sagen. Reisen mit. Verdammt. Hier in die Bar. Ähm. Adi kommt mit. Gut. Perfekt. Wieder Probearbeiten. Drinks ausgeben für alle. Und Adi beklaut dann die Leute. Das dürften wir hinkriegen. Ja. Wir sind wieder gleich da. Perfekt. So. Dann gehen wir hier arbeiten. Getränke zubereiten. Ja. Was machst du da? Machst du mal hier Orangensaft mit Pfiff. So. Und du gehst da jemanden bestellen. Krokett vorstellen. Ist der verrückt? Grob vorstellen. Den Krokett vorstellen. Der Adi. Der ist dann so vom anderen Ufer. Und wo geht die denn her? Die nimmt irgendwie den Hintereingang. Oder Vordereingang. Ich glaube das hier ist eigentlich der Vordereingang. Und das ist der Hintereingang. Oder keine Ahnung. Ja. Wer bist du denn? Bist du verrückt? Unfug. Bestehlen. Hör mal. Ist die verrückt? Hallo. An Bar arbeiten. Ah. Wir haben ihn bestehlen. Wir haben ihn bestehlt. Wir haben sechs Simlon geklaut. Perfekt. Können wir gleich nochmal machen. Verdammt. Das geht nur einmal. Dann hier beim Barkeeper. Der hat doch genug Geld. Unfug. Du kannst nicht schon wieder jemanden bestehlen. Die Leute können misstrauisch werden. Ach so. Man muss warten. Ja. Verkloppt den. Verkloppt den. Du brauchst doch Feinde für deine Weltherrschaft. Hier beleidigen müssen wir ganz viele und verabscheut werden. Von zehn. Verdammt. Gemein sein. Beleidigen. Wir müssen ja mehrfach beleidigen hier. Aber Outfit spotten. Wir machen den voll zu schlecker. Verdammt. Bestehlen geht nicht die ganze Zeit. Ich hab mal gewusst. Ja. Pushya. Mach mal ein Getränke. Perfekt für alle einfach da. Die teuren. Ich bin wieder im Geschäft. Ich mach hier. Was macht denn der? Wo ist der? Der ist nach Hause gegangen. Ist der verrückt? Ist das ein Idiot, der Adi, ne? Der rennt einfach nach Hause. Der soll Leute bestehlen. Ja. Dann haben wir wieder nur Pushya. Oder kann man sagen, Adi, komm mal zurück. Kann man das sagen? Hallo. Der will gar nichts machen. Fähigkeit. Hierher bringen. Adi Lutzken-Dorf hierher bringen. Da ist er ja wieder. Staatsfeind. Ja, das dauert noch. Stehlen. Du musst hier Leute bestehlen. Geht aber nicht. Verdammt. Verschwörungstheorie. Mitteilen oder ermitteln. Ach, die hassen sich schon. Die sind ja schon rot. Den hab ich schon mal verkloppt. Ah ja, das ist auch der Barkeeper. Ich erinnere mich. Beleidigen. Das brauchen wir. Unfug. Warum ist bestehlen eigentlich Unfug? Das ist ja eigentlich... Ich weiß nicht was. So. Noch ein Getränk. Wir machen hier ganz viele Getränke für all die Leute, die irgendwann mal kommen. Geben Geld aus. Ja, das... Wann musst du hier denn arbeiten? Verdammt. Sieben Stunden. Ich glaub, das wird nix. Verdammt. Irgendwas stinkt hier. Der kommt rein und... Oh, hallo. Fabio Bach. Bist du verwandt mit Johann Sebastian Bach? Kannst du Klavier spielen? Hier, Unfug. Fraum, Swiss Barsam. Fraum, Swiss Barsam. Sei facile. Kann schon wieder bestehlen, verdammt. So ich aber... Für alle zubereitend Getränk. 54 am Arsch, hier, ja, hier, Rambatz, Rambatz, wann ist denn mit Uwe, ah, mit Uwe, mit Adi, wann muss denn der arbeiten, ich vergesse das ja immer wieder, ach so, 8 Stunden, das dauert ja noch, das dauert ja noch, ja, Puschia hat mal wieder einen Probearbeitstag, schon den zweiten dieser Bar, der, äh, der Florian Schwarz hat ihr noch eine Chance gegeben, sie muss sich unter Beweis stellen und wir sind hier einfach mal kräftig am rummixen, währenddessen wir auch den Adi diesmal mitgenommen haben und der versuchte die Leute zu bestehlen, doch, so wie es aussieht, kann man nicht einen nach den anderen bestehlen, man muss dazwischen eine gewisse Zeit lang warten, was ich doof finde, hätte ich das vorher gewusst, ja, gut. Wir müssen halt gucken, wann wir wieder stehlen können, wir müssen es ja 5 Mal machen für den nächsten Karriere-Sprung und, ja, das wird wahrscheinlich ein paar Tage, denke ich mal, dauern. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn dem so sein sollte, immer der gleiche Spruch, dann könnt ihr mich gerne abonnieren, liken oder auch gerne ein paar Kommentare hinterlassen. Das war's dann und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, bis dahin, tschüss!